Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 29. März. Die Pferdner Ampel, die geplante Sirenenprobe am Samstag und neue Corona-Regelungen in Hessen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Bei den teilstationären Einrichtungen in Wiesbaden gab es eine Einigung zwischen Helios und den gesetzlichen Krankenkassen. Im vergangenen Jahr hatten die Kassen 30 Jahre alte Verträge mit der DKD Helios Klinik aufgekündigt. Die neuen Vereinbarungen für die DKD Helios Klinik und die Helios HSK sind nun unbefristet. Für beide Tageskliniken wurde vereinbart, dass die ambulante, sektorenübergreifende Versorgung nun auf unterschiedlichen Wegen erbracht werden kann, beispielsweise über persönliche Ermächtigungen einzelner Fachärzte oder über teilstationäre Leistungen. Kinder und Jugendliche werden teilstationär nun ausschließlich an den Helios HSK betreut. Für Eltern und ihre Kinder, die das tagesklinische Angebot bereits nutzen, werden sich Verbesserungen ergeben, so das Chefarzt-Duo der Kinderklinik, Dr. Doris Fischer und Prof. Alex Feldmann. Eine weitere Änderung gibt es aktuell bei der geplanten Sirenenprobe. Diese sollte am Samstag stattfinden. Jetzt hat die Stadt sie um ein paar Monate verschoben, aus Rücksicht auf die Geflüchteten aus Kriegsgebieten, die zurzeit in Wiesbaden leben. Die nächste geplante Sirenenprobe ist am Dienstag, 12. Juli. Online findet eine Art Probe aber trotzdem statt. Am 2. April ab 12 Uhr werden Warn-Apps und elektronische Werbetafeln in Wiesbaden wie geplant aktiviert und liefern Infos über die Sirenensignale sowie Verhaltensregeln bei Gefahrenalarm. Ein weiteres aktuelles Thema, das auch Wiesbaden betrifft, sind die geänderten Corona-Regeln. Glückliche Minen machten Ministerpräsident Volker Bouffier und Gesundheitsminister Kai Klose nicht, als sie Montagabend die neuen Corona-Regeln verkündeten. Ab dem kommenden Samstag werden in Hessen lediglich noch Basisschutzmaßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gelten. Klose ist zuvor mit einem Vorstoß gescheitert. Die Übergangsfrist für eine neue Corona-Verordnung nochmals um mindestens vier Wochen zu verlängern. Die Maskenpflicht beispielsweise fällt ab Samstag größtenteils weg. Sie gilt weiterhin in Arztpraxen, Pflegeheimen und im ÖPNV. Testpflicht besteht in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Sammelunterkünften für Beschäftigte und Besucher. In Schulen müssen sich außerdem ungeimpfte Schüler und Lehrer dreimal wöchentlich testen. Eine Übersicht über die neuen Regelungen findet ihr auf wiesbaden.de Werfen wir nun einen Blick auf ein Streitthema in Wiesbaden. Seit dem Spätherbst ist an der Berliner Straße die Pförtner Ampel in Betrieb. Seitdem vergeht selten ein Tag, an dem sich keine Autofahrer und Pendler über das neue System echofieren. Die Ampel fungiert wie eine Art Schleuse, die den Zustrom Richtung Innenstadt steuert und immer nur eine gewisse Anzahl von Autos auf einmal durchlässt. Aus diesem Grund staut sich der Verkehr in jeder Rotphase. Doch auch Anwohner kritisieren die neue Ampelanlage und klagen seit der Inbetriebnahme über eine schlechte Luftqualität. Ein Mann fasst das so zusammen. Seitdem die Ampel in Betrieb ist, sind die Atemwege und Augen gereizt. Die Wäsche auf dem Balkon riecht und lüften hat mittlerweile keinen Sinn mehr. Wenn dann noch ein Ostwind aufkommt, ist die Luftqualität richtig übel. Eine Änderung des Standorts ist für die Stadt derzeit aber kein Thema. Denn die Ampel Strom auf oder abwärts zwischen Ersten Ring und Autobahn zu verlegen, würde die Anzahl der betroffenen Personen nicht reduzieren. Ebenfalls heftig diskutiert wird aktuell die Frage nach einem neuen Ticket für den ÖPNV. 9 Euro für 90 Tage Bus und Bahn fahren. Das sieht das Energiekostenentlastungspaket der Ampelkoalition vor, um auf diesem Weg zusätzliche Fahrgäste in den öffentlichen Nahverkehr zu locken. Über das Ziel herrschte Schnelleinigkeit, aber über die Ausgestaltung wird zwischen dem Bund und den Ländern heftig gestritten. Eine Sondersitzung der Verkehrsministerkonferenz brachte keine Einigung. Nun soll eine Arbeitsgruppe die strittigen Fragen klären. Auf die Experten kommt eine Menge Arbeit zu. Denn fest steht bisher so gut wie nichts. Die Grünen machten bei der Konferenz nämlich den Vorschlag, das Ticket ganz kostenlos anzubieten. Das lehnte Verkehrsminister Volker Wissing ab. Bei den Bundesländern ist die Frage eines 0 Euro oder 9 Euro Tickets aber noch nicht geklärt. Zum Schluss blicken wir noch auf die aktuelle Corona-Lage. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist gestiegen und liegt laut Robert-Koch-Institut am Dienstag bei 1.703,3. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI zudem 237.352 Neuinfektionen. Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende zum Beispiel Baden-Württemberg und Brandenburg nicht. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig. Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 307 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungs-Inzidenz ist gesunken und liegt nun bei 6,94. Auch hierbei gibt es Tage mit lückenhaften Meldungen. In dem Wert erfasst sind auch viele Menschen mit positiven Corona-Tests, die eine andere Haupterkrankung haben.